Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es wird wieder Zeit für eine neue Folge hier im Startup Your Growth Podcast. Mein Name ist Norman Müller und ich danke dir erstmal für deine Geduld. Diese Podcast-Folge hat ein bisschen auf sich warten lassen. Das hat auch einen Grund, denn ich wollte mir genau überlegen, was ich euch heute hier in dieser Episode erzähle, denn es ist die letzte im Jahr 2022. Keine Angst, nächstes Jahr geht es weiter mit voller Kraft und ich hatte ja in einer der vorhergehenden Folgen schon berichtet, dass es einige Veränderungen hier im Podcast gibt, also inhaltlich wie formal. Dazu aber dann mehr und wenn du der Erste oder die Erste sein möchtest, die darüber informiert ist, dann komm gerne in unsere Community Genius Alliance Space. Das ist die Plattform dafür. Alle Links, alle Infos dazu findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Das Thema heute, ganz spannend, meine absolute Lieblingsfrage. Und zwar ist es die Frage, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Und ich möchte dich gerne in den Jahreswechsel und vor allen Dingen auch in diese vorweihnachtliche und weihnachtliche Zeit entlassen, um einfach mal darüber nachzudenken. Warum eigentlich nicht? Wir machen jetzt eine Kurzunterbrechung und dann gehen wir dieser Frage auf den Grund, warum die so wichtig ist. Bis gleich. Jetzt sind wir Menschen ja total unterschiedlich. Die einen kommen mit Veränderungen super gut klar, die anderen so gar nicht. Natürlich gibt es noch so eine Welt dazwischen, aber im Grunde haben wir alle eins gemeinsam. Wir müssen den Jahreswechsel mitmachen. Es verändert sich einfach. Also irgendeiner hat sich den Kalender mal ausgedacht und das heißt, nächstes Jahr schreiben wir das Jahr 2023. Das heißt, wir sind eigentlich ständig konfrontiert mit irgendwelchen Veränderungen in unserem Umfeld. Das macht uns natürlich, ja, oder sagen wir es mal so, die einen sind aufgeschlossen und sagen, hey, Veränderungen, komm her, ich bin dabei und hey, lass uns das ausprobieren. Ja, also total mutig, extrovertiert. Die anderen sagen lieber, hey, mir ist die Sicherheit wichtig. Ich muss jetzt nicht ständig irgendwelche Veränderungen vornehmen oder mich diesen aussetzen. Aber Fakt ist, wir sind die ganze Zeit diesen Veränderungen ausgesetzt. Nehmen wir den Jahreswechsel als Beispiel. Das ist eigentlich toll, weil wir jetzt gerade genau in dieser Zeit sind. Das Jahr 2022, lassen wir zurück, das Jahr 2023 kommt. Ob wir das wollen oder nicht. Ob wir das gut finden oder nicht. Ob wir das jetzt als sicher empfinden und sagen, hey, 2023 wird das Jahr schlechthin oder nicht. Es ist völlig egal. Es kommt, weil es kommen muss. Und ich vergleiche das ja so gern mit dem Bild eines Jockeys auf einem Pferd, auf einer Pferderennbahn. Also dein Unternehmen ist dieses Pferd, voll muskulös, voll durchtrainiert, athletisch ein tolles Pferd. Also das steht für die Leistungskompetenz deines Unternehmens. Und du bist der Jockey, deine Mitarbeiter sind der Jockey. Total ebenfalls durchtrainiert und mit Pferd eine Einheit. Das heißt, wenn man euch auf der Pferderennbahn sieht, ein Bild für die Götter. Ihr gewinnt jedes Spiel, solange es diese Pferderennbahn gibt. Wenn wir jetzt das Bild der Pferderennbahn ersetzen durch einen Ozean. Was passiert dann mit dir und deinem Unternehmen, mit dir und deinem Pferd? Und das ist genau die Frage, die sich auch die Warum-nicht-Frage stellt. Und damit ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn sich dein Umfeld verändert? Bist du bereit, dein Unternehmen, deine Leistungskompetenzen dahingehend anzupassen und zu verändern? Wie agil, wie skalierbar, wie innovativ ist dein Unternehmen, um darauf überhaupt reagieren zu können? Und mit agil ist gemeint, wie schnell kannst du diesen Veränderungsprozess in deinem Unternehmen an die äußeren Umstände anpassen? Jetzt ist die große Herausforderung dabei, nicht ständig in der Reaktion zu sein. Das heißt, du veränderst erst, wenn etwas im Außen sich verändert. Sondern das Bestreben, aktiv zu sagen, ich möchte innovieren, ich möchte expandieren, ich möchte explorieren, ich möchte etwas tun in meinem Unternehmen, damit ich im Grunde marktführend bin oder vielleicht sogar innovativer Vorreiter, ein Pionier in der Branche. Ich möchte die Branche verändern. Intrinsisch motiviert heißt das, ich möchte ein besseres Produkt entwickeln als das, was es vielleicht schon gab oder was ich vielleicht schon entwickelt habe. Es erinnert mich an jemanden, der mal berichtet hat, er war auf zwei Vorträgen, einmal bei Apple und einmal bei Microsoft. Und was ihm aufgefallen ist, in den Vorträgen oder in diesem Meeting, in diesem Innovationsworkshop von Microsoft hat man sich mit dem Wettbewerb verglichen und gesagt, hey, schaut mal her, wir haben viel bessere Produkte als Apple. Die Apple-Mitarbeiter haben das eingestanden und haben gesagt, ja, das mag sein, aber schau mal her, wir sind viel besser geworden als im letzten Jahr. Also sie challengen sich selber und das ist der Erfolg des Unternehmens, der Marke, der Produkte, sich selber zu challengen und zu sagen, hey, wir sind besser geworden als im letzten Jahr. Mega cool. Und mag sein, dass es Wettbewerber gibt, die besser sind als wir. Ja, das ist oftmals so ein Glaubenssatz, ich kann doch nicht in den Markt gehen, weil es gibt sicher jemanden, der das besser kann als ich. Ja, okay, aber dann währt selber besser, währt besser als die Version von dir im Vorjahr. Macht das 2023 noch besser. Das heißt, auf dieses Umfeld zu reagieren ist eine Geschichte, aber wirklich in die Aktion zu kommen und zu sagen, ich mache das proaktiv. Ich habe mein Big Picture und ich habe meine Antwort auf die Frage, warum. Das ist eine Frage, die jeder Unternehmer und jede Unternehmerin irgendwann mal sich selbst stellt oder spätestens von einem Business Angel gestellt bekommt. Ja, warum machst du das eigentlich? Warum ist dein Produkt die Lösung auf das Problem der Branche? Und darum ranken sich dann erstmal so ein Pitch Deck, später dann ein Business Plan, dann ein Business Modell oder Geschäftsmodell, Geschäftskonzept. All das richtet sich an der Warum-Frage aus. Die Warum-Frage ist eine total wichtige Frage, weil die beantwortet immer auch, warum bin ich überhaupt angetreten. Aber sie ist auch, und das muss man sich einfach nur bewusst machen, in die Vergangenheit gerichtet. Ja, und viele, und das ist aus meiner Sicht ein Fehler, wenn nicht sogar, viele argumentieren die Ergebnisse der Gegenwart mit dem Warum der Vergangenheit. Was bedeutet das? Es ist natürlich ein tolles Gefühl, wenn mir irgendjemand oder irgendwas sagt, hey, du hast alles richtig gemacht. Das ist auch, finde ich, so eine Typ-Mensch-Frage. Es gibt Menschen, die sagen, hey, erzähl mir was Neues, ich will mich entwickeln. Und die anderen sagen, erzähl mir bitte das, was ich besonders gut mache. Und das bringt dich aber nicht weiter. Was nützt dir jemand, der sagt, hey, alles richtig gemacht, alles, was du gemacht hast bis hierher, ist mega. Und das ist auf der einen Seite natürlich richtig. Alles, was du in der Vergangenheit gemacht hast, hat dich hierher gebracht. Wenn du einen Umsatz machst von 10.000 Euro im Monat, ich nehme das Thema Umsatz immer, weil ich eine Messgröße brauche in dieser Welt. Und wir leben nun mal in einem Kapitalismus, auch wenn wir den jetzt nach und nach umbauen wollen, sozialer und nachhaltiger machen wollen. Aber im Moment ist es nun mal die Messgröße dafür, ob dein Unternehmen funktioniert. Also ob deine Kunden dein Produkt tatsächlich kaufen wollen, wird gemessen an dem, was du an Umsatz machst. Auch wenn das nicht alles ist, völlig klar. Auch wenn du mit dem Umsatz viel mehr und viel mehr Gutes tun solltest als bisher. Auch das ist völlig klar. Aber nehmen wir die Größe mal an. Du sagst, du machst 10.000 Euro. Dann ist all das, was du bisher gemacht hast, das, was diese 10.000 Euro erreicht. Oder du machst eine Million Euro im Monat. Dann ist das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, hat dazu geführt, dass du diese eine Million Euro verdient hast. Und das ist okay. Die Frage ist, willst du da bleiben? Und da kommen wir zu dieser Frage, warum nicht? Zu meiner Lieblingsfrage. Diese Frage macht auf. Diese Frage macht dich kreativ. Diese Frage lässt dich experimentieren in deinem Kopf oder im Austausch mit deinen Teamkollegen, mit deinen Mitarbeitern. Ihr stellt euch die Frage, warum nicht? Nehmen wir das Thema Podcast. Ich habe 2015 gesagt, hey, warum mache ich eigentlich keinen Podcast? Warum nicht? Und dann habe ich es einfach gemacht. Weil ich es mir vorgestellt habe, dass ich das irgendwie interessant und aufregend finde, in der Gesamtkommunikation einer Marke, eines Unternehmens, das ins Portfolio aufzunehmen. Und ich wollte das erforschen, wie das Ganze funktionieren kann für mein Unternehmen. Und deswegen habe ich einfach gesagt, ich mache das. Und diese Warum nicht? Frage, die stellen sich viele nicht so gerne, weil es so ein Risiko birgt. Aber mal ehrlich, alle Unternehmer, die ich kenne, alle erfolgreichen Unternehmer dieser Welt, die ich nicht kenne, die Bücher geschrieben haben und so weiter, die haben immer wieder gesagt, du musst ein Stück weit ins Risiko gehen. Du musst auch mal was wagen. Und das ist das, was ich oftmals auch in meinen Vorträgen immer mit dem Bild begleite. Du kannst natürlich, wenn du ein Kind laufen lernen siehst, dann ist das erst mal ein Schritt nach dem anderen. Und das ist eine Vorwärtsbewegung. Auch das Hinfallen ist nach vorne eine Vorwärtsbewegung. In jedem Fall lernst du was. Aber wozu ich dich so ein bisschen ermuntern möchte, ist 2023 zu rennen. Also Geschwindigkeit aufzunehmen, mal was zu wagen, wie so ein begeistertes Kind in der Luft rumzuspringen und zu sagen, hey, ich möchte das unbedingt mal ausprobieren. Und es ist okay, wenn ich damit scheitere. Es ist okay, wenn es nicht funktioniert. Ich habe in jedem Fall gewonnen, und wenn es ein Learning ist. Und das ist diese Warum-nicht-Frage. Es ist die Frage in die Zukunft. Anders wie die Frage, warum. Was ist dein Warum? Finde dein Warum. Hat immer was mit deiner Historie zu tun. Warum nicht immer in die Zukunft. Und wenn ich mir mal so in meiner beruflichen Karriere überlege, was ich alles ausprobiert habe, woran ich natürlich auch gescheitert bin. Unternehmungen, die wir gegründet haben, die nach ein paar Jahren eingestellt werden mussten. So what? Ja, okay, dann ist das das eben. Aber dann weiß ich auch, dass das nicht funktioniert hat zu dieser Zeit mit dieser Lösung. Weil wir müssen uns damit klar machen oder auseinandersetzen, dass das, was wir entwickeln an innovativen Ideen, Lösungen, Produkten, Dienstleistungen und so weiter, es braucht so viel mehr, dass es funktioniert. Natürlich auch ein bisschen Glück. Natürlich auch ein belastbares Netzwerk. Natürlich auch die richtige Zeit. Du musst zur richtigen Zeit mit deinem Produkt am richtigen Ort sein. Und du musst erkennen, dass das ein Chancenfenster ist, wie ich das immer nenne, was sich auch schließen wird. So, wie viele Sachen, nehmen wir mal mein Lieblingsbeispiel mit dem Bitcoin. Hättest du damals investiert, als das Ding irgendwie 9 Cent gekostet hat, dann würden wir heute über dein Dasein eines Millionärs oder einer Millionärin sprechen. Die Chance war da, das Zeitfenster hat sich geschlossen, das Thema ist durch. Und jetzt musst du dir überlegen, welche Chancen ergeben sich eigentlich gerade im Markt. Und deswegen bin ich ein ganz großer Fan von diesem Warum nicht und in Verbindung damit iterativen Prozessen, Dinge auszuprobieren. Aber dann bitte nicht nach der deutschen Ingenieurdenke von wegen, wir bauen jetzt erstmal und das muss richtig gut aussehen und das muss erstmal richtig sexy sein und voll funktionieren und so weiter. Nee, wir bauen das innerhalb einer Woche. Eine Woche gibt dir einen Sprint von sieben Tagen, meinetwegen fünf Werktagen mit deinem Team und sagst, hey, wir bauen das Ganze so, dass man versteht, was wir vorhaben und wir testen das im Markt. Wir fragen die potenziellen Kunden, die wir für dieses Produkt gewinnen wollen. Und das machen wir zu wenig. Wir fragen zu wenig. Also wir müssen es wagen, wir müssen es ausprobieren und da reicht manchmal schon eine Landingpage. Manchmal reicht sogar eine E-Mail, einfach eine E-Mail in einen Verteiler zu schicken und zu sagen, hey, meinetwegen A-B-Testing. E-Mail-Variante A, E-Mail-Variante B, testen, gegeneinander laufen lassen und gucken, wo kommt die Resonanz. Das ist ein total wichtiger Prozess. Das kannst du innerbetrieblich machen bei Großunternehmen. Das kannst du natürlich auch mit deinen Kunden machen und sagen, hey, wir haben folgendes vor, wir haben folgendes Problem entdeckt, was haltet ihr davon? Viele halten sich bedeckt, weil sie glauben, dass diese Idee dann zu schnell geklaut wird. Also klar, kann man machen, kommst du aber so nicht auf die Straße. Und die Gefahr besteht, dass du mit deinem Team, ihr euch in diese ganze Geschichte so reindenkt, so betriebsblind werdet und so verliebt seid in eure Lösung, dass ihr glaubt, dass das, was ihr denkt, das ist, was der Markt denkt oder braucht. Und das ist die große Gefahr. Du musst einfach hergehen und sagen, du musst Leute fragen. Frage 100 Menschen, die das potenziell als Lösung anerkennen müssten und finde heraus, ob deine These stimmt. Diese These zu untermauern und zu sagen, von diesen 100 Leuten haben mir, weiß ich nicht, 70 gesagt, unbedingt machen. Dann kannst du eine gute Entscheidung treffen. Wenn 10% davon sagen, ja, probier es mal aus und der Rest sagt, nee, klares Nein, dann würde ich es erlassen. Und da kann man sich eine ganze Menge Geld sparen, eine ganze Menge Zeit sparen, eine ganze Menge Nerven sparen und reduziert auch die Fails, die man hat, weil man es einfach in sehr kurzer Zeit testen kann. Das ist übrigens eine Strategie nach dem Lean Management von Unternehmen. Das ist auch eine Strategie, die viele Startups anwenden, viele Gründer und Gründerinnen, die ganz am Anfang einfach mal gesagt haben, ich glaube, also ich stelle die These auf, ich glaube daran, dass das die Problematik ist und dass das, was ich hier entwickle, die Lösung ist. Und dann geht es um die Beweisführung. Das heißt, wenn wir mal über das Jahr 2023 nachdenken und ich bin mir ganz sicher, dass du vielleicht dich über die Feiertage hinsetzt und dir mal einen Plan machst und überlegst, was soll 2023 eigentlich stattfinden? Vielleicht machst du sogar so ein Vision Board. Also ich setze mich mit der Katharina hin, wir haben dann so drei Zettel vor der Nase und dann nehmen wir uns so ganz alte Kataloge und schneiden uns da so Sachen raus, womit wir 2023 konfrontiert werden wollen, was wir erreichen wollen, was Ziele, Wünsche, Träume sind. Und dann bauen wir uns so ein Vision Board und hängen das dann das Jahr über auf. Warum? Weil wir das visualisieren wollen. Wir wollen visualisieren, was wir erreichen wollen, was unsere Ziele sind. und wenn du die Zeit hast oder dir die Zeit nehmen möchtest, das mal auszuprobieren, ich finde das eine großartige Geschichte, weil du immer wieder diesen Impuls bekommst. Es ist nicht nur dieses einmalige, wir erstellen dieses Vision Board, sondern es ist dieses, bei uns hängt das zum Beispiel auch auf der Toilette, dann kommst du einmal am Tag mindestens vorbei und guckst dir das Ganze an und hast immer wieder vor Augen, was du dir eigentlich vorgenommen hast. und das Tolle ist, das Jahr geht rum, also wir reflektieren jetzt das Vision Board 2022 und gucken, was davon hat sich eigentlich erfüllt. Und wir machen das schon seit ein paar Jahren und deswegen können wir da aus der Erfahrung sagen, es ist erstaunlich, wie du dich selbst programmieren kannst auf Erfolg. Wenn du dort was abgebildet hast und das erfüllt sich und du vor allen Dingen auch merkst, das ist eine tiefe Erkenntnis, dass du in dem Wünschen, klingt so ein bisschen wie Weihnachtsmann kommt und bringt irgendwas mit oder Christkind, aber in diesem, da völlig davon überzeugt sein, dass du das erreichen möchtest, sehr viel damit zu tun hat, wie präzise du dir das wünschst. Die Katharina hat so eine schöne Geschichte, die hat sich damals ein Haus gewünscht, am See und hatte irgendwie nur blaue und rote Stifte und hat das halt dann gemalt auf ihr Vision Board, weil sie kein Haus gefunden hat zum Ausschneiden. So, dann hat sie es gemalt und dann hat sie das irgendwie rot, mit roten Stiften und mit blauen Fensterläden gemalt. So, was hat sie dann später gefunden, ein Haus am See, das war rot gestrichen mit blauen Fensterläden. Versteht ihr? Also es kommt schon auch auf die Präzision eures Warum Nichts an. Mal dir das in deinen Träumen aus. Also binde das vielleicht in der Meditation mit ein. Oder wenn du abends im Bett liegst, widme einfach diesem Vision Board, diesem Big Picture, einfach auch ein bisschen Zeit, indem du das anfängst auszumalen und zu präzisieren. Wenn du sagst, wir erfolgreich sein, ist das einfach zu schwammig. Wenn du sagst, wir wollen erfolgreich Podcasts für Unternehmen machen im Digitalvertrieb, dann ist das zu schwammig. Du musst einfach sagen, für wie viele Kunden möchtest du das machen? Was möchtest du für die Kunden erreichen? Wie sollen die Kunden reagieren? Auch emotional. Ja, die sollen nicht anrufen, die sollen dir Briefe schreiben. Ich habe mich total gefreut über, sorry, meine Stimme ist irgendwie heute ein bisschen weg, aber egal, über die Siebel, die bei LinkedIn geschrieben hat und sich bedankt hat, dass wir zusammen das Podcast-Thema damals gestartet sind. Also das sind alles so Sachen, mal dir das präzise aus, je detaillierter, je feiner dein Bild wird mit der Zeit, desto eher kann sich dein ganzer Geist, dein ganzes Mindset, dein ganzes Umfeld, das Resonieren mit Leuten, die du dafür brauchst, einstellen, um dieses Bild zu erreichen. Und ich wünsche dir dieses Erlebnis, was ich Jahr für Jahr mache, wünsche ich dir einfach auch für das Jahr 2023, dass sich das, was du dir wirklich vorstellst und was die Antwort auf die Frage ist, warum nicht, dass sich das für dich bewahrheitet oder dass es dich deinem Ziel näher bringt. Und wünsche dir oder denke dir auch einfach mal Dinge aus, wo du sagst, hey, das habe ich bisher nicht gemacht. Mach es jetzt. Warum nicht? Mach auf, mach es kreativ in deinem Kopf und versuch dir Sachen zu erdenken und zu erträumen für dein Unternehmen, für deine Family oder was auch immer, dass du sagst, hey, das ist mein Ziel. Warum nicht? Alle anderen machen das, warum ich nicht? Jeder sagt, hey, mach das nicht. Fällt mir die Geschichte von Elon Musk ein. Der Typ sagt, hey, passt mal auf, der fragt so ein paar Leute und sagt, hey, passt mal auf, ich möchte ein Elektrofahrzeug bauen. Das soll aussehen wie so ein Sportwagen, also richtig, was richtig Schönes. und ich möchte das irgendwie laden können unterwegs oder zu Hause. Und dann sagen die Leute, hey, Elon, lass das, mach das nicht, investiere nicht so viel Geld da rein. Du hast einen Sportwagen, der klingt aber nicht wie ein Sportwagen, sondern wie eine Nähmaschine, so ein Nähmaschine. Das Ding kannst du nicht laden, weil du hast kaum eine Infrastruktur für das Ding und da ist auch noch eine Batterie drin mit wenig Reichweite. Und der Elon, der nimmt sie zurück und sagt, okay, ich baue einen Sportwagen, den keiner will, der nicht klingt wie ein Sportwagen, der hat keine Reichweite und ich habe auch keine Infrastruktur für das Ding und ich mache das trotzdem. Ich mache das trotzdem. Sein ganzes Umfeld sagt, nee, mach das nicht. Und du weißt vielleicht, wie wichtig das ist oder wie wichtig das auch dir ist, dass du sagst, ey, ich will jetzt was ausprobieren, ich will jetzt wirklich was wagen und dann frage ich mein Umfeld. Und wenn die alle sagen, ja, mach das unbedingt, dann fühle ich mich gestärkt und dann mache ich das. Natürlich mache ich das. Ja, aber ich habe alle gefragt und der Norm hat im Podcast gesagt, hey, frag die Leute. Und manchmal gibt es Ideen oder Konzepte, die du umsetzen musst, obwohl alle sagen, mach das nicht. Ja, das geht nie, das geht nie, das geht nie. Ja, weil die Leute, manchmal auch die Familie, dich einfach zurückhalten möchte, weil sie dich beschützen wollen, weil sie sagen wollen, ey, geh nicht in dieses Risiko. Ja, wer weiß, was dann passiert, wirst du dann depressiv oder gibt es ein Burnout oder du anstrengst dich, du hast ja so schon so viele Produkte, Projekte und so weiter und so fort. Ja, die Argumente sind ja vielfältig und alle halten dich davon ab und du musst so stark sein innerlich und sagen, ey, ich höre auf meine intuitive Kompetenz und die sagt die ganze Zeit, mach das. Seit Jahren denke ich darüber nach, ich muss das jetzt machen. Dann mach das. Mach das. Und wenn du auf dem Weg bist des Machens, schau einfach, wie kannst du das Risiko minimieren, aber es trotzdem machen. Es ist wichtig, dass du es trotzdem machst. Und du musst es genauso mit dieser Leidenschaft machen, die dich dazu motiviert hat, es zu tun und darfst dich nicht schwächen lassen, nur weil alle sagen, mach das nicht. Ich weiß noch ganz genau damals, 2015, ich habe mit dem Podcast-Thema angefangen. Ich habe das natürlich allen erzählt, meiner Familie, meinen Freunden, meinen Businesspartner damals, den Mitarbeitern und alle haben gesagt, ey, Alter, muss das sein? Wie viel Geld kannst du damit verdienen? Ach, man kann gar kein Geld damit verdienen. Ah, okay. Damals konnte man doch kein Geld damit verdienen. Ja, und ich fand das aber so cool. Ich fand das so cool, dass ich einen Kanal für mich entdeckt habe, wo ich sage, ich kann mich hier hinsetzen, meine Gedanken sortieren, das mit euch teilen. Denn ihr könnt darauf reagieren oder auch nicht. Aber ich kann es der Welt sagen. Ja, ich habe über diesen Podcast meine Frau kennengelernt, die Katharina. Ja, 2017 haben wir eine Podcast-Folge aufgenommen. Damals wusste man ja nicht, dass das zusammengeht, aber ganz witzig. Ja, also dieser Podcast bedeutet mir also auch persönlich ganz viel, weil er so private Sachen einfach auch inne hat. Ja, auch den ganzen Schmerz und dieses Anstehen gegen die Leute, die gesagt haben, mach das nicht. Ja, so viel Zeit. Oh, wieder eine Nachtschicht für einen Podcast. Ey, super. War eine tolle Folge, aber so, ja, nimm dir doch mal Zeit für dich. Hey, mir war das wichtig. Mir war das persönlich wichtig. Und deswegen habe ich das natürlich auch immer wieder verteidigt und argumentiert, aber für mich, ich habe mich riesig gefreut. Ja, ich habe mich riesig gefreut, ein neues Mikrofon zu kaufen, weil ich gelernt habe, das alte war dann doch nicht der Hit. Gott, was habe ich investiert in Hardware oder eine Software auszuprobieren. Ja, ich habe ein Faible für Software, für Tools und so. Wie kann man diese Prozesse so gestalten, dass das abbildbar ist? Bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ihr habt alle gesagt, damit kann man kein Geld verdienen. Jetzt weiß ich, wie das Ganze funktioniert und jetzt will ich euch auch zeigen, dass man damit Umsatz machen kann. Und da habe ich das Thema entdeckt, wir machen Podcasting nicht aus Marketingzwecken. Das ist eh das, was passiert. Wenn du einen Podcast machst, hast du irgendwann Reichweite. Du hast irgendwann Bekanntheit, Sichtbarkeit und so weiter. Du hast doch irgendwann eine Community. Aber das, was mich interessiert hat, wie kann ich den Podcast im Vertrieb einsetzen? Wie kann ich mir ein Netzwerk aufbauen? Wie kann ich Neukunden gewinnen mit einem Podcast und nicht erst nach zwei oder drei Jahren und über irgendwelches Anzeigenmanagement und Anzeigeneinkaufen und Gedöns, sondern wie kann ich mir jetzt jemanden einladen, mit dem ich unbedingt arbeiten möchte, weil ich den schon seit Jahren zum Beispiel verfolge, was der oder sie für tolle Projekte macht. So, und das war der Punkt, wo ich am Ende natürlich dann alle überzeugt habe. Vor allen Dingen auch die, die gesagt haben und diese Mauer aufgebaut haben, das geht nie. Das geht nie, das geht nie, das geht nie. Wie oft habe ich das gehört? Und ich habe gesagt, hey, warum eigentlich nicht? Ich mache das trotzdem. Ich gehe da durch, durch die Mauer mit voller Energie. und du hast alle Antworten in dir. Du brauchst niemanden, der dir sagt, hey, mach das oder mach das nicht, sondern du hast alle Antworten in dir, weil, und das nenne ich intuitive Kompetenz, deine ganze Kraft in dir, die so ein Kribbel in den Fingerspitzen auslöst, wenn du von dieser Idee, von diesem Konzept sprichst, sprichst und dann in die Gesichter guckst, die dann ungläubig sind und sagen, hä, niemals, es funktioniert niemals. Und du aber genau weißt, hey, wenn ich das mache, zu diesem Zeitpunkt, mit diesem Produkt, dann funktioniert das. Und selbst wenn nicht, hey, dann weißt du, wann es funktioniert oder wie es funktionieren muss. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich wusste am Anfang des Podcasting auch noch nicht, wie das 100% funktioniert. Dafür musst du es ja machen. Und darum geht es. Und das ist mein heutiger Impuls an dich, dieses Machen, dieses in die Zukunft gerichtete Machen und die Antwort finden auf die Frage, warum nicht? Such dir eine Antwort aus, warum nicht? Warum mache ich nicht das? Bum, bum, bum. So, ich möchte mich an dieser Stelle für das Jahr 2022 bei euch allen bedanken. Es war ein tolles Jahr. Ihr habt mir großartige Sachen geschrieben. Ihr habt mir tolles Feedback gegeben, wertvolle, konstruktive Sachen geschickt, die geholfen haben, diesen Podcast fortzuführen, weiterzuentwickeln. Ich finde, wir haben eine großartige Community-Plattform gebaut. Wir haben Zuwachs bekommen in unserem Genius Alliance Team. Darüber freue ich mich. Ich freue mich auf tolle Projekte, die jetzt schon in den Startlöchern stehen und im Januar angegangen werden wollen. Ich freue mich auf unsere Antwort, auf das Warum nicht. Und das werde ich mit euch dann entsprechend diesen Podcast hier teilen. Ich bin gespannt, was ihr zu dem neuen Podcast-Format sagt, was dann ab Juni, äh, ab Juni, oh Gott, ab Januar hier starten wird. Und ich wünsche dir besinnliche Weihnachten mit deiner Familie, deinen Freunden, Leuten, die dir wichtig sind, die dir ans Herz gewachsen sind. Ich wünsche dir einen schönen Jahreswechsel, einen Change-Prozess, den wir alle durchmachen und alle machen dürfen. Und mach was aus dem Jahr 2023 und erzähle uns davon, teile das mit uns und unserer Community. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.